Musik Heute mit ist Kultur systemrelevant. Organisatoren warten auf grünes Licht für Veranstaltungen. Galerie für Fotografie. Neue Ausstellung soll Corona-Ausfall ausgleichen. Guten Abend. Ich begrüße Sie zur Wochenendausgabe von 0511, Ihrem aktuellen Magazin aus Hannover. Systemrelevanz. Das ist ein Begriff, der in den letzten Monaten immer wieder diskutiert worden ist. Die Kassiererinnen an der Supermarktkasse wurden für systemrelevant erklärt, die Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal auch. Selten aber wurde die Kultur mit Systemrelevanz in Verbindung gebracht. Warum eigentlich nicht? Die Verantwortlichen des Kulturzentrums Pavillon und sicherlich auch viele Kulturinteressierte warten sehr darauf, dass wieder Veranstaltungen stattfinden. Musik Bilder aus dem Jahr 2019. Im Mai letzten Jahres wurde auf dem Masala Weltbeat Festival Musik gefeiert. KünstlerInnen aus aller Welt waren angereist, um in der Stadt und der Region Hannover aufzutreten. Ausrichter des Festivals ist das Kulturzentrum Pavillon. Dieses Jahr leere Säle. Corona hat das Haus zur Absage aller Veranstaltungen gezwungen. Festivalleiterin Melissa Kessbohl arbeitet daran, dass aus der Absage des 25. Masala Weltbeat Festivals lediglich eine Terminverschiebung ins nächste Jahr wird. Natürlich werden nicht alle Künstler kommen können, die wir für dieses Jahr eingeladen haben. Vielleicht werden wir auch mehr Open Air machen müssen, wenn das vielleicht noch nicht möglich ist, wieder so viele Menschen in diesem großen Saal hier zu lassen oder ähnliches. Darüber müssen wir uns Gedanken machen, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, erst noch mal ein bisschen abwarten, wie sich alles entwickelt. Bis zum 31. August bleiben die Türen für BesucherInnen voraussichtlich geschlossen. Kultur ist eben nicht systemrelevant. Veranstaltungen, bei denen Menschen physisch zusammenkommen, gerade leider nicht machbar. Das war lange die politische Auffassung. Seit dem 22. Juni sind in Niedersachsen Veranstaltungen mit bis zu 250 Menschen unter Auflagen auch in geschlossenen Räumen wieder erlaubt. Die Lockerungen der Landesregierung werden mitunter sehr kurzfristig kommuniziert. Zeit, die Umsetzung der Auflagen vorzubereiten, ist dementsprechend rar. Es gibt ja diesen Stufenplan des Landes Niedersachsen, diese fünf Stufen. Und ich glaube, jetzt sind wir in der fünften Stufe der Lockerung. Und es wäre natürlich schön zu wissen, wann welche Stufe eintritt von der Terminplanung her. Andererseits ist es ja klar, dass man so eine Pandemie nicht planen kann und dass deswegen ja oft auch kurzfristige Entscheidungen getroffen werden müssen. Und die neue Verordnung bedeutet für uns nicht, dass wir jetzt das Haus sofort aufmachen können. Weil 250 Leute in geschlossenen Räumen mit Abstandsgebot, das verändert für uns die Lage ja nicht. Weil mit diesen Vorgaben können wir eigentlich kaum Veranstaltungen machen, die sich rechnen. Der Pavillon sieht sich als Angebot zum Mitmachen für alle kulturell, sozial und politisch interessierten Menschen in Hannover. Die Wurzeln liegen in der kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Ständig auf der Suche nach Visionen mit sozialer, kultureller und politischer Fantasie. Ich glaube, dass gerade der Pavillon oder auch ganz viele andere kulturelle Zentren ein Ort der Begegnung sind. Wo Menschen aufeinandertreffen, die sonst nicht aufeinandertreffen würden. Wo Menschen anfangen sich zu verstehen, wo Menschen auch Dinge ansprechen können, die sie vielleicht in ihrem Berufsleben oder auch in ihrem privaten Umfeld nicht ansprechen können. Gerade jetzt ploppen ja auch nochmal ganz viele soziale Diskussionen und Themen auf, die einfach besprochen werden müssen, die auch Raum brauchen. Und das hätte normalerweise hier stattgefunden. Wahrscheinlich hier, wo ich jetzt stehe, hätte es zum Beispiel eine Diskussion über die Black Lives Matter Bewegung geben können oder ähnliches, diese Räume fehlen. Wirtschaftlich wird die Kulturszene mit milliardenschweren Hilfspaketen entschädigt. Wie aber wird das ausgeglichen, was nicht mit Geld zu bezahlen ist? Ja, Kulturschaffende haben es sicher nicht ganz leicht in Corona-Zeiten. Weiter geht es bei uns mit den Nachrichten im Überblick. Die Organisation Greenpeace hat den Juni für eine Deutschlandtour genutzt. Am Donnerstag waren die AktivistInnen auf der Liste Meile. Hannover ist damit eine von 31 Städten, in denen Greenpeace den Menschen Fragen zum Leben nach Corona gestellt hat. Zusammengetragen wurden die Zukunftsvisionen auf diesem drei Meter großen Regenbogen. Hintergrund ist eine Bevölkerungsumfrage des Meinungsforschungsinstituts Kanta Emnet, die Greenpeace in Auftrag gegeben hatte. Diese ergab, dass die Corona-Krise einen Mentalitätswandel angestoßen habe. Demnach sei die Bedeutung von sozialen Kontakten in den Köpfen der Deutschen gestiegen, shoppen gehen oder Autofahren habe an Bedeutung verloren. Die hannoversche Vertretung der For-Future-Bewegung hat im Rahmen der Ratssitzung am Donnerstag vor dem Kongresszentrum demonstriert. Damit wollen die AktivistInnen darauf aufmerksam machen, dass im Zuge der Klimakrise politische Handlungen notwendig seien. Von der Stadt fordert das Bündnis, die Dringlichkeit der Klimakrise anzuerkennen und wirksame Maßnahmen für eine klimagerechte Welt zu ergreifen. Am Donnerstag wurden die Preise im Rahmen des Lumix-Festivals für jungen Bildjournalismus organisiert vom Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie der Hochschule Hannover vergeben. Das herausragendste Projekt in der Kategorie Picture Series stammt laut der Jury von Ana Maria Arevalo-Gosen und trägt den Titel Dias Eternos. Ausgezeichnet wurden unter anderem auch Michelle Spartari mit Rising Water in der Kategorie des 24-105mm-Objektivs, sowie Shirin Abedis May I Have This Dance als bester Beitrag für engagierte Dokumentarfotografie. Der Publikumspreis ging an Patricia Kühfuß für ihre digitale Story Nicht-Müde-Werden, die den Alltag in deutschen Kliniken dokumentiert. Das Coronavirus begleitet uns Tag für Tag. Jetzt ist bekannt geworden, dass die Blutgruppe Einfluss auf den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung haben kann. Die eigene Blutgruppe kennen allerdings viele Menschen gar nicht, so auch mein Kollege Gunther Wollny. Für unsere Reihe Corona kurz erklärt, hat er einen Selbsttest aus der Apotheke gemacht. Jetzt weiß er nicht nur über seine Blutgruppe Bescheid, sondern auch darüber, ob Menschen dieser Blutgruppe gefährdet sind. Corona kurz erklärt. Folge 11. Kennen Sie eigentlich Ihre Blutgruppe? Sollte man die kennen? Werden Sie sich jetzt vielleicht fragen, und was hat das am Ende mit Corona zu tun? Tatsächlich scheint sich ein Zusammenhang herzustellen zwischen der Covid-19-Erkrankung und der Blutgruppe. Im New England Journal of Medicine wurde letzte Woche eine große Studie aus sieben europäischen Zentren publiziert, in die 1.700 schwerstkranke Covid-19-Patienten eingeschlossen waren. Und man hat bei diesen Patienten nach genetischen Besonderheiten gesucht, im Vergleich zu Patienten mit einem normalen oder einfachen Verlauf. Und dabei ist man tatsächlich auf die Blutgruppe gestoßen, nämlich auf die Blutgruppe A, die offenbar ein 50-prozentiges, höheres Risiko zeigt, an einem schweren Verlauf zu erkranken. Ein durchaus bemerkenswertes, interessantes Ergebnis. Und insofern vielleicht auch für Sie von Interesse zu wissen, welche Blutgruppe Sie haben. Vielleicht wissen Sie es ja, weil Sie schon einmal Blut gespendet haben oder weil Sie vor einer größeren Operation die Blutgruppe bestimmt bekommen haben. Ansonsten können Sie auch gern in der Apotheke einen Selbsttest kaufen und damit Ihre eigene Blutgruppe bestimmen. Und ich reiße das mal auf. Was hier alles so drin ist, was hier rauskommt. Einen solchen Blutgruppenbestimmungstest habe ich mir also besorgt und bin nun gespannt auf das Ergebnis. Ich musste aber in mehreren Apotheken nachfragen. Nirgends war er erhältlich, bis ich schließlich doch Glück hatte und Ihnen mir eine Apotheke besorgen konnte. Offenbar sind im Moment viele Leute an Ihrer Blutgruppe interessiert, so wie ich auch. So, jetzt breche ich erst mal die einzelnen Sticks ab. Bis zur Gewinnung des ersten Bluttropfens ist einiges vorzubereiten. Doch dann nur ein ganz kleiner Stich in die Fingerkuppe. Inzwischen habe ich allerdings auch bemerkt, dass ich eigentlich vier Hände bräuchte fürs Blutzapfen, Wasser auftragen und verrühren auf dem Testfeld. Und so bin ich sehr froh, dass mich meine Kameraassistentin hilfreich unterstützt. Das Blut reicht nicht ganz. Also einen nochmal kurzen Stich in die Fingerkuppe, den Tropfen entnehmen und aufs Testfeld bringen. Alle vier Testfelder sind schließlich aktiviert. Nun noch mehrfaches, vertikales Drehen der Testkarte, bis alles etwas getrocknet ist. Der Abgleich mit der Referenzkarte signalisiert mir, ich habe Blutgruppe B, Rhesus negativ. Diese Blutgruppe ist sehr selten und tritt nur bei 2% der Bevölkerung in Deutschland auf. Zugegeben, ein klein wenig erleichtert bin ich schon, nicht zur Blutgruppe A zu gehören, aber nur ein klein wenig. Denn eins steht fest, das alles ist nur reine Statistik. Es kann sich trotzdem jeder infizieren. Die Wahrscheinlichkeiten verschieben sich etwas. Aber eins steht fest, das Virus ist nach wie vor sehr unberechenbar. Und jeder sollte alles Erdenkliche tun, um sich nicht zu infizieren. Halten Sie bitte die Hygieneregeln ein. Abstand, Mund- und Nasenschutz und häufiges Händewaschen. So schützen Sie sich und andere. Das war Corona kurz erklärt, Folge 11. Bitte bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Die Galerie für Fotografie ist seit Jahren ein beliebter Ort für alle, die sich für Fotografie interessieren. Rund 10.000 Menschen kommen jedes Jahr in die Ausstellungen in der Seilerstraße. Dieses Jahr werden es wohl nicht so viele sein, denn die Galerie musste wegen des Coronavirus eine Zeit lang schließen. Das hat unter anderem Geldsorgen zur Folge. Die neueste Ausstellung soll die Galerie unterstützen. Wir waren vor Ort. Seit einigen Wochen sind die Türen der Galerie für Fotografie wieder offen. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Ausstellungsräume zuvor für zunächst unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, weshalb viele geplante Veranstaltungen abgesagt wurden. Für die Galerie war das eine Herausforderung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir nehmen keinen Eintritt für die Galerie. Das heißt, wir leben zu einem großen Teil von den Spenden der Leute, die hierherkommen, die die Ausstellung, wenn sie ihnen gefallen hat, belohnen mit einer kleinen Spende, die sie in eine Spendenbox werfen. Diese Spenden haben wir natürlich durch die mehrwöchige Schließung der Galerie verloren. Sie ist aber Teil unseres Finanzierungskonzeptes. Und das war letztendlich dann auch die Grundlage dafür, zu überlegen, wie wir die verlorenen Einnahmen in irgendeiner Weise wieder generieren können. Vom 2. bis zum 12. Juli ist nun eine ganz besondere Ausstellung geplant. Die Charity-Aktion zugunsten der GAF soll den Verein finanziell unterstützen. Gezeigt werden verschiedene Fotografien mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, die von mit der Galerie befreundeten und bekannten Fotografinnen und Fotografen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Interessierte können die Arbeiten dann vor Ort gegen eine Spende von 75 Euro erwerben. Es sind Bilder, die wahnsinnig poetisch sind. Es sind Bilder, die komisch sind. Meistens bei den Straßenfotografien, die oft sehr, sehr komische, humoreske Situationen zeigen. Wir haben aber auch soziale Bilder, die eine soziale Komponente haben. Wir haben surreale Bilder. Also es ist eine unglaublich große Bandbreite an Motiven, sodass wir uns davon erhoffen, dass eigentlich die Besucher irgendein Bild finden, was sie mit nach Hause nehmen können. Durch die Aktion erhofft sich die GAF eine erste finanzielle Starthilfe. In den kommenden Wochen soll es dann unter Beachtung von Hygiene- und Abstandsregelungen weitere Ausstellungen geben. Natürlich werden wir erstmal auf absehbare Zeit keine klassischen Eröffnungen machen können. Wir haben zwar eine sehr, sehr große Grundfläche hier in der GAF, aber zu unseren Ausstellungsöffnungen kommen in der Regel auch 200 Leute. Und wenn 200 Leute auf einer Grundfläche von 240, 250 Quadratmetern, da bleibt nicht viel Fläche für jeden Einzelnen. Und dann ist einfach die Gefahr der Ansteckung viel zu groß. Also auf die Eröffnung werden wir in abzuhörbarer Zeit verzichten müssen. Aber der Galeriebetrieb geht ganz normal weiter. Wer an der Aktion interessiert ist, kann die Galerie auch abseits der regulären Öffnungszeiten an jedem Tag der Ausstellung besuchen. Und das ein oder andere verkaufte Bild hilft nicht nur der GAF. Sie schmücken auch die eigenen vier Wände. Und wir haben noch einen Veranstaltungstipp. Am Sonntag ist der Tag der Architektur. Und der steht natürlich im Zeichen von Corona. Das heißt, in diesem Jahr werden keine Führungen durch ausgewählte Gebäude angeboten. Allerdings können Sie einiges über die Architektur in der Region virtuell erfahren. Unter anderem bekommen Sie Einblicke in die sanierte Kuppel des Anzeigerhochhauses. Oder Sie erleben die Wasserkunst in einem Kurzfilm. Auf der Seite aknds.de erfahren Sie mehr über den Tag der Architektur. Das war 05.11 am Wochenende. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.